Hallo hier zusammen. Ja, ich bin's, der Tviga von Brainklubber und ich begrüße euch ganz herzlich zu Bless Online, dem Union Let's Play auf dem Server Physis. So, dann gehen wir doch mal rein in die Union-Erstellung auf Next. So, wir haben hier ein paar Rassen zur Verfügung. Ich möchte auf jeden Fall Female. Wer hätte es gedacht? Jawoll, gib mir alles, ey. Äh, wir haben einmal die Amistad, die Wasserelfen, die Panteras und die Masku. Ja, ich schwanke natürlich wie immer zwischen Elf und Amistad. Die typischen Menschen, die keiner spielen will, weil die sind ja so normal. Höh, aber ich glaube, ich werde Menschen nehmen. Definitiv. Oder Wasserelfen. Oh, ich weiß es nicht. Soll ich Wasserelfen nehmen? Ich probiere jetzt erstmal den mit Wasserelfen aus. Was nehmen wir? Guardian, Ranger, Paladin oder Mage? Ich glaube, wir halten uns da recht einfach. Wir nehmen den Guardian. Einfach nur, um ihn auf die Mütze zu hauen. Weil Mage ist so... Ah, das ist so elfisch. Ja, seht ihr? So elfisch. Bogen ist natürlich auch voll elfisch. Und Paladin. Es wird zu Teamplayer, weiß ich. Ich bin kein Teamplayer. Ich möchte als Guardian mit meinem Schwert Leuten auf die Mütze hauen. So, gehen wir mal auf Next. Unsere kleine... Unsere kleinen... Boah, ist das cool. So, wir holen uns ein Preset. Ja, ja. Wir holen uns erstmal ein Preset, an dem wir weiterarbeiten können. Also, die Ohren sehen ja mal wo voll daneben aus. Tut mir echt leid, aber es gefällt mir jetzt schon nicht. Können wir die Ohren wenigstens kleiner machen? Äh, äh. Nee, Leute. Äh, ganz ehrlich. Kann ich nicht. Tut mir leid. Ich muss wieder zurück zu Amistad. Ja, Amistad. Guardian. Komm, wir bleiben bei guter alter Hausmannskost. Ach, warum wählt er sich gleich eine Rothaarige aus? Ich weiß auch nicht. Hab ich ja noch nie gemacht. Boah, die sieht ja cool aus. Die sieht ganz cool aus. Für den Anfang. So, wir nehmen natürlich das. Ja, ja. Rums. Wir machen sie auf klein. Na gut, vielleicht nicht ganz so klein. Ein bisschen größer. So. Skin Color. Gehen wir etwas weiter runter. Brauchen keine Presets. Weil... Sie wird definitiv so aussehen. Sie wird definitiv so aussehen. Na gut, vielleicht nicht so. Aber so. Oh, die war doch witzig. Der sieht doch cool aus. Hair Color. Bleibt definitiv so. Shine? Was ist denn? Was ist denn der Shine? Was ist denn der Shine? Scheint's denn da? Wir lassen den Shine mal raus. So, Augenbrauen. Können wir da ein bisschen mehr heranfassen? Uh. Ähm. Ich muss mir erst mal ganz kurz die Augenfarbe ändern. So. Ich finde die ja so voll tätowiert. Findet ihr ja gar nicht... Gar nicht so doof. Gibt ja schon dooferes. Ja, ja, ich weiß. Das finde ich doch echt nice hier. Muss ich schon sagen. Ja, meine Fresse. So. Ja, herrlich. Ohren hat sie auch. Aber Ohren hat sie kleiner. So. Excited. Sie wird definitiv so. Jaw. Eigentlich gefällt mir das so, oder? Die kommt doch richtig cool hier. Make-up. Mh. Mh. Eyeshell. Oh, was mich alles ändern kann. Ist ja der Hammer. Coverage. Na, voll natürlich. So. Blush. Hat die... Hat die geblushed? Na komm, die hat geblushed. So. Nehmen wir sie doch einfach so. Highlighter. Was ist denn noch mein Highlighter? Ne, die hat definitiv keinen Highlighter. Lift her. Close your eyes. Ja. Oder lass es einfach. Lipgloss. Ja, das lassen wir so. Die Tattoos finde ich rattenscharf, obwohl ich eigentlich gar nicht auf Tattoos stehe. Aber zu so einer Kriegerin, da passt es doch definitiv. Jetzt haben wir noch Slider. Ne, ich finde die eigentlich ganz okay so. Dann, äh, klicken wir doch mal hier auf Save Appearance und nennen das ganze Ding TV Union Ami-Stat. So, kann ich dich auch hier irgendwie... Epic Costume. Oh. Na, wenn du nicht mal so schnuggi bist, weiß ich auch nicht. Change the light. Okay. Ich hab zwar keine Ahnung, was sich hier genau ändert, aber es changed auf jeden Fall das Light. Wurde mir so gesagt, ist so. Dann, äh, wollen wir doch einfach mal zu Next. Klick. Tada, da ist sie. Ah. Aber echt. So sieht's nämlich aus. Und das war auch schon die Charaktererstellung für die Union. Jetzt könnt ihr ja noch rüber switchen zu dem anderen Video. Da seht ihr es dann von der Huron. Und dann, äh, geht's morgen hoffentlich los mit unserem Let's Play. Union-Seite Ami-Stat-Guardian. Auf. Führern. Merkt euch einfach. Bis dahin. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Tschüssi-Tat-Guardian. Ja.